hallo und herzlich willkommen mein name ist das ist portal 2 und diese süße knutschkugel da hinten das ist der firefox so wie fühlst du dich eigentlich nach diesen 30 minuten danach fühlte ich mich sehr ausgelaugt aber wir haben ja eine pause gemacht von von 24 stunden und deswegen ist alles gut genau genau ich habe schon 20 kann tee getrunken in der zwischenzeit ist das giftig eigentlich so viel weiß ich nicht wusste nicht die montage funktioniert ich auch nicht die geheimnisvolle frau im prototyp gehäuse hat eine botschaft für uns sie hat keine angst vor mir keine sorge ich habe einen plan wir testen weiter und beweisen so dass wir auch keine angst vor ihr haben egal wie tödlich diese test also irgendwie kann man dahin springen ich habe da oben porto gesetzt okay was ist das denn hier da kommt ein cube halt warte halt warte jetzt ich hab ihn 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 ab ihn so hoch springen und dann oder da ich sie schon warte mal da muss ich hoch springen hoch ha 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 nee ich komme jetzt aber hier um lang das problem ist ja doch hier hoch ah ich komme jetzt hier ah warte mal ich komme jetzt hier ich komme gar nicht mehr lang ich würde gerne auch dahin das problem ist aber wir können den 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 cup hier nicht weg nehmen wir gucken dem firefox jetzt mal zu moment mal guck mal da wo ja da 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 ist auch so eine aber da komme ich nicht hin das problem ist diese lichtbarriere ich könnte jetzt hier runter springen aber dank der lichtbarriere vielleicht kannst du ja hoch und die lichtbarriere da oben weg machen ja ich versuche mal ne ne warte mal irgendwas bewegt sich hier ja du doch jetzt hat sich das ding bewegt das muss einfacher gehen ja das ist ganz trivial das problem ist aber da unten ist ja nichts weiter ne ich hab's geschafft na toll so jetzt bist du oben jetzt habe ich ein portal gesetzte warte mal vielleicht ist ja ach so vielleicht können wir auch beide hoch du guck mal hier sind ja auch zwei das macht sinn vielleicht sollten wir beide hoch und dann geht einer wieder runter mit dem mittel mit mit dem cube wirst du warte und zwar halt du bist zu früh aber okay so guck jetzt komm mal wieder runter hier also nochmal halt doch bei go bitte so warten warten und jetzt weg jetzt wegnehmen ich muss dir ein portal setzen okay hoffe ich mal und dann kommst du nämlich wieder hoch weißt du wenn ich fertig bin so jetzt kommst du wieder hoch ha ha so jetzt musst du jetzt bist du nämlich hier das problem ist du kannst jetzt weiter durchlaufen ich darf's nicht und das tue ich jetzt auch und du kannst jetzt irgendwas anderes machen genau ich kann da oben ein portal setzen und Ich kann sonst nirgends ein Portal machen. Nix. Okay. Oder... Hm. Nix. Aber das muss ja irgendwie funktionieren. Jetzt ist wieder weg. Wir müssen vielleicht, haben wir noch eine Chance, woanders ein Portal zu setzen. Nein. Hm. Aber, 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 aber... Ja, das ist eine schwedische Popgruppe aus den 80ern, ne? Wir müssen ja noch irgendwo anders ein Portal setzen können, oder? Aber? Sonst können wir ja hier nicht, wir können ja von da nicht nach da oben. Ne, aber wir könnten... Wir müssen ja da hin. Ne, wir kommen gar nicht. Diese Schutzschilde verhindern das, dass wir dort... Ah, warte, ich weiß, was du machen musst. Pass mal auf. Setz mal das Portal. Wo? Na, da wieder. Ja, setz mal. So. Dann lass dich wieder nach unten fallen. Und ich, äh, gehe durch die Dinger und mache, äh, die Brücke weg. Ah, okay. Das, äh, ich muss irgendwie lebend über... Ah, ja. Au, au, au. Jo. Okay, dann komm ich jetzt nämlich runter. Dann spring ich erstmal hoch, setz oben wieder ein Portal. Und dann machen wir das gleiche Spielchen wie vorhin zu zweit. Okay, ja. Ich geh erstmal hoch. Also, du musst, äh, auflösen oben. Achso. Das war jetzt falsch. Hä? Du hättest, glaub ich, den Cube wegnehmen müssen. Ne, aber ich hab doch... Ich hol den mal. Verdammt. Verdammt. Shit. Oh mein Gott. Ja, es ist fast weg. Ja, jetzt ist er weg. Nein, es fliegt alleine hoch. So, ich mach jetzt so oben ein Portal wieder hin. So, und dann wieder zu... Double Action. Ach, Quatsch. Du musst doch ein Portal setzen. Halt. Komm zurück. Du musst ein Portal setzen. Setz ein Portal oben. Du musst doch auf meinem blauen das Portal setzen. Aber das entgegensetzte, bitte. Ja. Gut, jetzt haben wir es. Und jetzt kommst du wieder runter und holst mich ab. Ja, und dann können wir, ähm... Halt und zwar. So. Jetzt. Oh, das war einfach. Ja, das war... Also, wenn einfach, einfach, einfach ist, ne? Ah. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ach so. Ach so. Der eigentliche Plan lautet, ich verwandle euch in Tötungsmaschinen. Also, ich bin so was von einer. Damit ihr sie töten könnt. Also, ich bin so was von einer. Ich hab sogar ne Waffe. Meinst du, du hast einen Colt? Nee, ich hab ne Portalwaffe. Ah. Hm. Portal. Ich glaube, dass, äh, Portal 2 sich sehr gut auf der Nintendo Switch machen würde. Weiß ich nicht. Mit den Portals schießen und so? Seiten, Seite 70. Ja. Wie groß bist du, Testsubjekt? Äh. Nee. Seit wann kann man Abfall so hoch stapeln? Oh. Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durchschnittlich 2,30 Meter hoch gestapelt. Und das weiß ich sogar. Testsubjekt, deine Mutter ist so... Hm. Das ist ja hier. Hier ist immer ein Turm. Ja. Warum hast du mich umgedreht? Weil ich es, weil ich es kann. Das ist cool, aber ich komme ja nicht mehr weg. Danke. Ja, jetzt bist du doch weg. Ja, jetzt schon. Ähm. Macht man nicht. Aber ich kann da hinten ein Portal hinsetzen und dann nichts mehr tun. Ja. Mal wieder. Aber... Was können wir denn tun? Wir können den Laser leiten. Was hat denn das ausgelöst jetzt? Achso, das dreht es um. Okay. Und... Oh, hier ist ja auch noch was. Hier können wir Schwung holen. In dem Loch. Ja, genau. Da können wir Schwung holen. Hier muss der Ball rein. Wahrscheinlich durch diese Magnet-Dings da. Ich lege jetzt mal nach da hinten. Also, das hier... Hier, diese Konstellation, Schiki, ist der letzte Punkt. Da müssen wir den Ball da oben reinwerfen. Oh. Ach. Äh. Das war nicht so schlau, glaube ich. Wieso? Was ist jetzt passiert? Ich bin gestorben. Warum? Ich bin da hinten reingesprungen, da... Das war nicht schlau da rein. Das ist aber Wasser. Mhm. Und das Wasser ist nicht gut. Nee. Vor allem müssen wir hier erstmal irgendwie... Was machen. Ach, hier muss... Ah, guck mal. Da oben kommst du rein. Ja, genau. Aber da bin ich gesprungen und dann war ich tot. Ja, ja. Und dann müssen wir hier dort an diesen Dings... Dieses Dings da ran basteln. Dass du hoch und runter schwebst, weißt du? Ah. Also quasi so und so. Richtig. Das heißt, du musst jetzt hier nach oben. Da oben. So. Genau. Jetzt musst du da rein. So. Und kannst... Ja, du musst da jetzt rein. Irgendwie. Wie bist du da vorhin hochgekommen? Ich gehe jetzt da rein und dann machst du mir einen Portal. Äh. Oh. Falsch rum. Na. So bin ich da reingekommen. Nee, auch nicht so. Hä? Ach so, warte. Stopp. So bin ich da reingekommen. So. Und dann musst du mich da rein portieren, bitte. Einmal. Na, wie soll ich dich da rein portieren jetzt? Ich muss das doch hier draußen steuern. Ich muss die Dinger steuern, damit du hoch und runter fahren kannst. Du hättest da oben das Portal setzen müssen. Ja, aber das geht ja nicht. Ja, das ist schlecht. Außer du. Nee, doch. Du schleuderst mich hier rüber und ich setze das Portal. Genau. Ja, das können wir auch machen. Ich muss hier irgendwas machen und hier wahrscheinlich. So. Ja. Bitte schön. So. So. Und dann mache ich den da. Dann mache ich nämlich so. Jetzt fährst du nämlich hoch. Bist du schon? Nee. Ich bin tot. Oh, ich habe da nämlich... Entschuldigung. Müssen wir nochmal machen. Na, Quatsch. So. Das und das da. So. Kannst. Ich bin doch Schabung. Schabung, ja. Komm, los. Ich musste mich hier schnell sein. Warte mal. Jetzt, ey. Erst mal gucken, ob es passt, ja, ne? Gott, okay. So, dann gucken wir mal. Jetzt muss ich aufpassen. So. Oh, du kommst wieder. Sehr schön. I got the cube. Genau. Jetzt können wir nämlich die Laserstrahl umlenken, um die Typen hier kalt zu machen. Ja. Au. So, jetzt können wir nämlich hier drüben was machen. Und jetzt kannst du mir den Ball zuwerfen. Ähm. Warte mal. Ich kann hier was machen. Warum ist der Ball da drüben? Das ist doch doof. Ja. Das ist doch absolut doof. Aber, warte, 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 ich weiß schon. Nee. Kommst du da hinten, ohne durchs Feld durchzulaufen? Nee, ne? Nein. Achso. Nee, geht auch nicht. Aber, warte, doch. Das geht bestimmt, oder? Wenn man da hinten das Ding... Nee. Das macht das da. Ach, das ist der Ausgang denn. Okay. Das heißt... Oh Gott. Ach, oder... Nee, man muss hier auch schweben. Man muss hier auch schweben. Ja, du kommst da oben durch, glaube ich, ne? Nee. Wie kriegen wir denn hier eine Brücke zum Schweben hin? Aber wie willst du da durchschweben? Wie willst du da durchschweben? Gute Frage. So. So. Ah, nee. Das geht ja auch nicht, weil der Ball ja dann kaputt geht. Ja. Ähm. Huch. So. Ah. Ähm. Lass uns mal überlegen. Lass uns mal überlegen. Wir müssen dort drüben unbeschadet rein mit dem Ball. Idealerweise würden wir dort... ähm... ...den blauen Struppelwubbel laufen lassen. Den kann man nämlich vor- und zurückfahren lassen. Das ist wohl wahr. Genau. Wenn wir das vor- und zurück... Aber... Ach, guck mal. Warte. Nee, wir müssen den Ball hier reinbringen. So. Okay. Aber... Ähm. Aber wir kommen ja... Ähm. Aber was passiert denn dann hier, wenn man... Ach, wenn wir den Ball da reinpacken, geht das Feld aus. Ja. Und dann können wir ihn nämlich rausoperieren aus dem Feld. Wir müssen ihn hier rüberkriegen. Den Ball. Was ist denn da hinten eigentlich? Warte mal. Jetzt bin ich gerade neugierig geworden. Warte mal. Was passiert denn, wenn ich einfach mich opfer und den hier rüber schmeiße? Ach so, dass wir uns... Warte mal. Dann muss ich ihn, äh, äh, abnehmen. Und dann opfer ich mich und du nimmst ihn ab. Ach so, geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das... Ich komm ja gar nicht hier rüber. Nee. Ich komm ja gar nicht hier rüber. Wenn ich nur ganz fest daran glauben, dann werden... Ach, ich halte es nicht aus. Höh. Hä? Ach, na klar. Och, Mensch. Schicki. Ja, was denn? Nimm mal... Ach, Beschleunigung. Nee, so, komm. Da oben, da und da. Huch. Nicht mich. Ach so, ja, das macht Sinn. So, jetzt geh rüber. Ach nee, geht ja jetzt gar nicht. Ja, doch. Nee, du kannst den Ball nicht hochbringen. Warum? Ach so. Äh. Aber. Warte, ich muss auf die Seite. Moment, ich muss auf die Seite. Oder du bleibst auf der Seite, ist vollkommen egal. Da musst du die Portale dort und dort setzen. Versticht? Ja, aber, aber, aber. So, ich mach jetzt. Bist du soweit? Ja. Nee, das ist der falsche. Äh. Moment. Äh, Moment. Ich muss erst mal wieder alles hinbauen. So. Und da war das, ne? Das ist blau. So. Guck mal, jetzt. Kannst du den oben reinpacken? Ja. Äh, 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 ja. Nee, du musst, du musst aber stehen bleiben. Ja, ich, äh, äh. Ja. Ich, äh, ja. War, äh, kurz drin. Ja, genau. Kurz. Dann machen sie mal. Neuer Sterberekord. Nee, weiter vorne. Genau. So, dann wartest du und ich übernehme den hier gleich. Und zwar. Und zwar. Jetzt. So. Uhu. Und jetzt haben wir nämlich das hier. Aja, ja. So. Und jetzt haben wir. Uch, Ball, bleib hier. Nee, andere Richtung. Nimm mal das Ding weg. Genau. So. Der kommt jetzt wieder raus. So. Äh. Was jetzt? Ach, wir müssen vorher schon raufstehen. Mach mal rückwärts. Lass den noch mal bis dort unten fahren. Guck mal, sonst kommen wir hier. Ah. Ja, toll. Aber. Warte mal, der ist jetzt da? Wenn du jetzt aber das hier machst. Gehen beide hoch. Ach so. Nee, Moment. Nein. Nein. Das ist aber doof. Hä? Wie soll das gehen? Sobald du, sobald du den Laserstrahl aktiv hast, ist es doch vorbei. Es sei denn, wir lenken den. Ja, wir können den Laserstrahl aber ablenken. Genau. Also wir können den ja hier hinlenken. Da. Und dann, was weiß ich, hier hin. Und dann können wir den Laserstrahl ja so hinlenken. Und wenn ich jetzt sagen wir mal so mache, dann, oh nee, so mache, dann ist der ja, genau. Aha. Ja, jetzt hast du aber ein Problem, das ist schon oben. Ja, macht nix. Ich mache jetzt wieder so. Okay, na dann komm hoch, ja. Du musst du, musst du jetzt hier steuern irgendwie. So, jetzt. Äh, jetzt habe ich dir in die Überblick verloren. Ach so, jetzt muss ich da. Na du komm. Jawoll. Nee, du hättest zu mir kommen müssen. Ach so. Äh. Jetzt ist es zu spät. Ja, aber ich komme doch jetzt gar nicht zu dir. Ja, du, irgendwie ist das Ding doch jetzt runtergegangen. Warum auch immer. Jetzt fahre ich hoch. Wo ist denn da? Du bist doch gerade auch ein Stück hochgekommen. Ja. Nein, du musst, du, äh, mach mal nochmal zurück. Mach mal nochmal zurück. So. So, jetzt nimmst du das Feld weg. So, jetzt kommst du zu mir rüber. Ja. Und jetzt machst du es wieder zu. Äh. Na siehste. Boah. Boah. Ach, die ist nicht nett. Ich mag die. Also, wisst du, was ich sehe? Ich sehe ein Folgenpäuschen. Ich auch. Ja. Deswegen, machen wir eins. Machen wir. Und, äh, gute Nacht. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.